Sangramasana im Hocken. Ausgangsposition ist Hockhaltung mit Fußsohlen flach am Boden. Von hier gib dir Unterarme unter den Kniekehlen durch und senke das Becken so weit du kannst. Gib dann die Hände vom Brustkorb zusammen. Das ist Sangramasana auf Fußsohlen sitzend. Es gibt auch Sangramasana mit Gesäß auf dem Boden und das ist das Thema eines anderen Videos.